Happy Valentinstag an euch alle. Ich meine, es ist jetzt schon leider vorbei, aber auf jeden Fall, wenn ihr wissen wollt, warum ich so extravagante Haare gerade habe und auch so ein super auffälliges Make-up, dann bleibt gerne dran. Wir waren in einem so coolen Restaurant in Vancouver und eigentlich nur Süßigkeiten, also sehr viel Schokolade und it's gonna be really sweet. Somebody said you got a new friend One of the more nieces, does she love you better than I can? Yeah, I know it's stupid, but you just gotta see it for myself I'm in the corner, watching you kiss her And I'm right over here, oh why can't you see me And I'm giving it my own But I'm not the guy you're taking home I keep dancing on my own And I'm not the guy you're taking home 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020